Hallo ihr Lieben, so ich heiße euch ganz ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Neuheitengruppe. Und ja, es ist immer wieder übst krass, wie schnell die Zeit vergeht, denn es ist schon wieder ein Vierteljahr um und schon wieder ist es so, dass wir neue Produkte ja in unserem Sortiment willkommen heißen dürfen. Und was soll ich sagen, es ist diesmal so, dass alles limitiert ist. Also wenn es alle ist, ist es alle. Und deswegen macht es die ganze Sache noch etwas spannender, da es sich wirklich um total tolle, wunderbare Produkte handelt, mit richtig schönen Duftnoten. Ich finde es heute total schade, dass ich euch keinen Duft durch die Gruppe schicken kann. Ich versuche es aber alles über die Erklärung und Beschreibung so hinzukriegen, dass ihr euch ein bisschen was darunter vorstellen könnt. So, ich danke euch natürlich, dass ihr uns eure Zeit schenkt und hoffe, dass wir euch mit den Neuheiten ganz ganz sehr begeistern können. Ich bin die Anna für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich schicke euch dann gleich mal noch eine kleine Collage rein, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Und würde auch gleich anfangen mit dem ersten Produkt, beziehungsweise mit den ersten drei Produkten. Das ist nämlich unser neues, limitiertes Satin Handset für die nächste Zeit. Und ja, es ist der absolute Knaller, denn wir haben hier den Duft nach Granatapfel vorrangig. Aber neben dem duftet das auch noch nach Waldbeeren, Birne, Apfel und ja, es hat so eine ganz herbfruchtige Duftnote. Ich denke, ihr könnt euch schon so in etwa vorstellen, wie es sich ja anschnuppert. Und wir haben hier natürlich den Vorteil, dass es eine unheimlich coole Farbe hat. Die passt, denke ich, bei vielen ins Bad. Wir hatten zum Meeting schon das Thema, dass wo es nicht ins Bad passt, dass da unbedingt renoviert werden muss. Und ja, wir haben von den Schritten her das Gleiche wie bei unserem regulär erhältlichen Handset. Nämlich wir haben zuerst den Softener, mit dem die Haut schön vorbereitet wird. Die Durchblutung wird angeregt und die kleinen Hautschüppchen, die nicht so hingehören, wo sie sind, werden angeweicht. Darauf kommt dann das wunderschöne Peeling. Das ist ein ganz, ganz leichtes Peeling mit so kleinen Peeling-Kügelchen, was wirklich die Haut ganz sanft abträgt. Und wenn man das dann abspült und die wunderbare Handcreme noch aufträgt, hat man ein ganz, ganz zartes, seitiges Gefühl. Und das direkt nach der ersten Anwendung. Ich sage immer, es ist ein absolutes Wellnessprogramm. Man kann das gern auch täglich machen. Die meisten nutzen es einfach so als, ja, kleine Verwöhnstunde mal zwischendurch. Und auch dieses Handset kann man natürlich für die Füße nutzen. Also wer mit den Füßchen, so gerade nach dem Sommer, dass viele barfuß gehen, ein paar Problemchen hat, der ist auch damit sehr gut ausgestattet und kann sich damit auch nicht mehr samtweiche Hände, sondern auch samtweiche Füße zaubern. Genau. Und außerdem enthalten ist Aprikosen-, Distel- und Sonnenblumenkernöl. Und ja, bei diesen Sachen ist es ganz entscheidend, dass viel Vitamin A und E drin ist und auch diese bekannten Omega-3-Fettsäuren. Also ihr seht, ihr habt hier ein absolut tolles Rundum-Paket, was ich, also in meinen Augen, auch mega cool mache zum Verschenken. Es ist ja so, Weihnachten steht vor der Tür und wer was ganz Besonderes sucht für Krankenschwestern, für alle, die oft mit den Händen zu tun haben. Auch bei den Männern kommt es gut an und wer da das Pink nicht so möchte, hat natürlich noch die Alternative mit unserem weißen Tee und Citrus. Das sind die, ist die Verpackung eher ins Grünliche gehend. Also es ist einfach für jeden geeignet und schenkt euch eine absolute kleine Wellness-Auszeit. Genau. Das ist das erste Produkt und wir haben den Vorteil, dass es die Handcreme auch einzeln gibt. Denn die ist ja meistens oft schneller alle als der Rest, weil man die doch etwas eher nutzt. Und diese Handcreme mit dem tollen Duft, die könnt ihr auch einzeln kaufen. Und die, wenn ich euch noch was verraten darf, macht sich natürlich unheimlich gut im Nikolausstiefel. Genau. So. Und gleich noch vorweg eine kleine andere Sache. Ihr seht das schon auf meine Lippen. Dazu komme ich dann später nochmal. Es gibt nämlich zwei neue Lippensets mit ganz, ganz mega coolen Farben. Und dazu sage ich euch beim nächsten Produkt noch etwas mehr.